Musik Und der Sprengbrückung der Klasse S mit Joker In zwei Abteilungen wird platziert in der ersten Abteilung Ging es um den Preis der Brauerei ein Herzlichen Dank und dazu begrüßen wir Sehr herzlich die Juniorchefe Frau Ursula Inselkammer Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind und vielen Dank natürlich für den Geldpreis Der Ehrepreis kommt vom Team Matzmann Und in der ersten Abteilung siegt mit 65 Punkten und der besten Zeit Rüdiger Renner mit Sunlight, herzlichen Glückwunsch Die Siegerdecke für Sunlight stemmt aus dem Hause Tops, Reitschburg Herzlichen Dank Ehrenpreis des Der Firma Team Matzmann Eine Rennbom Abfahrt Na, gute Reise, Kollege Das wird was wir Schön Zweiter Platz Michael Eichler Mit Sunny Boy Da gibt es ein T-Shirt oder Gabby, Josira Futterbitte für den zweitplatzierten Und für den drittplatzierten gibt es von der Firma Stolz Turniersportfotografie Eine Gutschein für ein Foto nach Wahl für Martin Schäufer mit Kuba Livret Ritter im Preis der Bauerei ein Vierter Platz Thun mit Marielle Markreiter Fünfter Question Die Gutschein für den vierplatzierten gibt es Lederpflegemittel von Ali Kessler Sechsplatzierter ist der Martin Schäufer mit Ledes gefolgt von Gerald Notdorf mit Lord Hempchen Erfolgen Andreas Krömer auf Platz 8 mit Marles Max Kühner mit Ijadis Kräle auf Platz 9 Noch einmal der Michael Eichler mit Cabo Pacific auf Rang 10 im Preis der Rora Eng Ebenpreis der Firma Team Matzmann Und Michael Eichler als letztplatzierter bekommt für die Cabo Pacific einen Sack Karotte Tut er verliebt In der Zeit der Tag, meine Damen und Herren, die Gutschein Und den Preis der von Ihnen gehoben werden aus Volkskirchen Herzlichen Dank und den Ehrenpreis der Sommerferrari von Und hier gewinnt Georg Schweiger mit Krälenzer Und dann gibt es einen Ehrenpreis der Sommerferrari von Gute Reise Eine Ferrari Geländefahrt Zweite Station ist Achtung Georg Schweiger mit Krälenzer Lachbieter Futterwittel Josera Futterwittel T-Shirt und ein Campy Kamer bei diesem Wetter Gut gebraucht Frank Meller Heute Platz 3 mit Züricholini Auch er gewinnt Ein Foto Seines Ritters mit einem seiner Pferde Von der Firma Stolz Turniersport Fotografie Auf dem vierten Platz Uwe Schweigelsport Canaretto Lieder der Pflege Witteln an In Kessler Gibt es Zürich? Fünfter Platz Für Lohm Sirius Gerettet von Wolfgang Winter Frank Möller noch einmal Sechster mit Louis Folgt auf Rack 7 Ingo Forstmann mit Ganz Wild Platz 8 für die Garage Mit Schicko von Kieleslück Und auf Platz 9 Schicko Cento Der Rücken von Tobias Bachle Der einen Sack Karotten Witteln an Dankeschön Danke schön Die Familie Hummelina Und herzliches Dankeschön Auch an die Firma Ferrari van Grünfelsche Dem Platzieren Und den Sieger Frau Helmut Rüdiger Genau Georg Schweiger Auf geht's Zerherlande Die Familie Hummelina Und den Sieger Untertitelung des ZDF, 2020